Hallo und herzlich willkommen zurück zu Devil May Cry. So, wir gehen wieder ins Spiel rein. Und ja, zuletzt gespielt ist am 16.03. Und ich gucke mal auf den Kalender. Wir haben gerade den 25.03. Ja, es ist schon wieder eine Weile her. Ihr merkt das natürlich nicht, weil ihr kriegt eure gewohnten drei Folgen pro Tag. Aber für mich ist das immer ein bisschen schwierig, mich dann wieder reinzufinden. Aber ich habe einfach auch nicht mehr Zeit. Das ist einfach so ein Projekt, was ich gerne spiele, aber halt nur nebenbei. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Irgendwo hier, okay. Ach, der Kerl schon wieder. Hatte ich noch nicht fertig gemacht? Ich dachte schon. Na ja, mach ich halt noch mal fertig, oder? Ups, ja, jetzt war ich da wieder aus. Ich dachte, ich hätte den schon fertig gemacht. Welcher hat das nicht gespeichert, hat er nicht existiert, ne? Kann sein. Okay, da müssen wir versuchen, auszureichen. Das haben wir das letzte Mal schon gemacht. Ich hoffe, da springe ich noch mal hin. Dann Losschlampe. Genau, ich habe das glaube ich schon gemacht. Oh, ich habe daneben gehauen. Schau, verdammt. Uh, uh. Na, komm her. Na, findest du gut? Haha. Ja. Na? Ja, mach dich mal unsichtbar. Das ist schon gut so. Oh nein, du kommst genau aus der Richtung. Du Arschloch. Uh. Ja, ja. Haha. Oh, ich hätte mir die nicht ranziehen sollen. Haha. Wo bist du? Da, Mist. Naja, habe ich die nicht gesehen. Wo bist du denn jetzt? Wo bist du denn? Na, komm, spring noch ein bisschen mehr hin und her. Ja, genau. Hm. Das kannst du aber schön. Na, komm, porto dich noch ein bisschen hin und her. Wo bist du denn jetzt? Wuhu. Wuhu. Na, komm hoch. Wuhu. Hmh, und mich auch. Na. Komm her. Wuhu. Hopps. Na, bin ich stärker als du, ne? Wuhu. 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 Da stirbt doch einfach. Der will wohl nicht so einfach sterben. Komm jetzt her, komm her, komm doch her, komm her, wäre da nicht okay. Ja kommt zurück, genau so hatte ich den letzten mal fertig gemacht. Gut, wo muss ich jetzt hin? Von hier aus kam ich mal irgendwann. Wir gehen einfach mal dahin, weil das grün und rot leuchtet. Bücherei war ich glaube ich noch nicht genau, die hört mich nicht doch. Ich bin hier. Ich weiß nicht was ich tun soll. Wurstwörter. Keine Ahnung. Vermutlich im Serverraum. Dem Optagon. Aber er könnte Limbus gefangen sein. Kommen wir zu ihm. Keine Ahnung. Ich bin sehr fest. Kann ich vom Limbus aus helfen dich zu befreien? Denk nach. Ja, das könnte einen Weg geben. Ich werde dich führen. Ja, fühl mich mal. Hätte ich ja letzte Minute rüber gehen müssen oder was? Habe ich das vergessen? Oder habe ich nicht fertig gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Habt ihr ja gesehen. Wofür haben wir jetzt nochmal fertig gemacht? Ist ja kein Problem. Zeit 21 Minuten? So lange kann das nicht sein. Für drei Minuten habe ich gebraucht. Ja, ich bin zweimal gestorben. Macht ja nix. So. Wir überspringen das ganze mal hier. Fünf Tode. Blablabla. Punkte übermitteln. Nein. Nächste Mission starten. Nächste Mission. So. Ja, Mission beginnt. Schauen wir mal was wir jetzt machen müssen. Okay. Ich denke, es gibt dort einen alten Tunnel. Vielleicht können wir dort lang entkommen. Sie brechen durch. Ich habe eine Idee. Ich stecke im Limbus fest. Von hier kann ich sie nicht aufhalten. Ja, kannst du. Ich sprühe. Du reißt die Decke runter. Dort. Jetzt zieh. Okay. Interessant. Okay. Das gleich nochmal. Natürlich genau in dem Moment, wo die reinkommen. Ist ja klar. Ja. Komm schon. Ja, ich komm schon. Nicht der Geisterhafte hier. Sprühe schneller. Ja, was soll ich noch machen? Muss ich mir schon sagen. Ja. Oh, offen. Geh mal schneller hier. Kann auch nicht viel machen. Ich kann nur diese Waffe auswählen. Ach, immer dasselbe hier. Hätten noch ein bisschen Abwechslung reinmachen können, oder? Wie, komm schon. Ich warte nur auf dich. Komm schon, sagt die zu mir. Ja, gib mal den Code ein. Und jetzt? Oh. Oh. Schreck dich! Schell! Bleib hier! Ich glaube nicht, dass er dich gesehen hat. Hey, Smarten! Ich glaub, ich habe jemand gesehen. Scheiße! Kat, beweg dich nicht! Presse dich an die Wand, genau. Mit ihrer Sprühdose. Sollte sich mal eine Waffe zulegen. Springen bin ich schneller als im Laufen. Na wo bleibst du denn, kitty? Kitty, kitty, kitty cat. Lalalalalala. Disco dance. Entschuldigung. Renn nicht so schnell, dann verlier ich dich jetzt, weil ich so ein bisschen rumgealbert habe. Bisschen hingerannt, da. Achja. Wie ist doch bestimmt irgendwas nebenan. Nein, ok. Sprühst du da oben wieder? Ne, noch nicht. Oje. Ja gut, da können wir ja nichts dran ändern. Jetzt muss ich mich glaube ich beeilen, weil sonst... Ah, bam. So können wir es natürlich auch machen. Dafür werden sie bezahlen. Aber jetzt müssen wir erstmal virtual finden. Ob das so eine gute Idee ist? Wagen ich ja immer noch zu bezweifeln, aber ok. Ich würde mir mal drunter schreiben, wie lange das Spiel noch ist. Also wer das kennt und das zufällig trotzdem bei mir guckt, kann mir ja drunter schreiben, wie lange es noch ungefähr geht. Wenn ich mal eine Ahnung habe. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie viele Parts ich noch verwenden muss hier. Oder wie viele ich noch verwenden kann. So. Schöne Gegend kann man sich nur leider keine Zeit für nehmen, das anzugucken. Ja. Ja und dann soll er den fertig machen. Klingen des Schlechters. Okay. Alter. Wie war das nochmal? So nicht. Aber hier so. Ich glaube, das habe ich jetzt mal mit dem Faust gemacht. Genau. Ich erinnere mich. Moment. Da muss ich erstmal hier umsteigen auf die Faust. Wuhu. 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 Und weg hier. Wuhu. 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 Ah. Genau das musst du natürlich machen, ne? Aua. 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 Du böses Kind, du. Komm her zu mir, komm. Komm zu mir, komm. Bam. Wuhu. Oh, habe mich noch erwischt. Na ja, was soll's. Tod ist er. Das war easy. Danke Dante. Bitte Virgil. Du bist am Leben. Gibt es einen Weg hier raus? Ja. Ein Notausgang. Ich bring dich dorthin. Ich bring dich dorthin. Dann los. Nein, warte noch. Was? Hier befinden sich Terabytes an geheimen Daten. Die dürfen sie nicht in die Hände bekommen. Ist das wirklich wichtig? Sie würden alles über unsere Pläne wissen. Wenn sie an diese Daten kommen, wäre alles, was wir getan haben, umsonst. Das klingt wichtig. Ja. Die Selbstzerstörung. Du musst sie aktivieren. Sie brechen gleich durch. Die Dämonen brechen durch. Dafür haben wir keine Zeit. Dann macht Zeit Dante. Scheiße wird her. Sofort. Es wird nicht lange dauern. Hätte ich helft dir. Mir sollte besser mir helfen. Wie lange braucht ihr beiden? Nicht lange. Paar Minuten. Paar Minuten ist gut. Mal gucken, ob ich mir irgendwas verbessern kann. Eine Halbessung habe ich noch. Machen wir mal noch die Fäuste. Aber diese Aquila sind natürlich auch nicht schlecht. So. Machen wir mal Geplänkelstufe 2. Und dann wählen wir die mal aus, ne? So. Dann kommt mal rein, ihr Dämonen. Kill them all. Ich verschaffe euch Zeit. Oh, diese Kettensägen immer. Ich hasse sie alle. Oh mein Gott. Hier. Ui. Na. Gefällt euch das? Na komm. Treff ich euch alle. Na. Ist er tot? Na. Jetzt kriegst du einen mit der Fresse hier voll auf die Mütze hier. So. Und jetzt kommen noch mehr natürlich. Der Große, der macht mir jetzt gleich Probleme. Ich sehe schon jetzt. Uuuu. 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 Ooh. Na komm, ihr kriegt jetzt sie vor der Fresse. Problem ist, dass ich leider den Großen da nicht sehe. Neuuu. Oleoooin. Uuuu. Wo gibt es denn hier, da kommt jetzt aber alles Gäste am Transformler nicht dran. Dacić auch was Grünes okay. Okay. So. Uuuu. Üuuu. Er hat mir auch gesagt, ich soll die grünen Sachen beim Bosskämpfen noch einsammeln. Dann würde ich auch nicht so oft sterben. Da habt ihr natürlich recht. hier war doch immer noch mal da oben ok jetzt kann nicht hin naja okay okay habe ich okay kommt her oh mein gott kann ich nicht irgendwo auch schießen hier die dinger